Religiös. Religiös ist ein Adjektiv von Religion. Wer sein Leben auf die Religion ausrichtet, der ist ein religiöser Mensch. Und das, was mit Religion zu tun hat, ist auch etwas Religiöses. Zum Beispiel kann man sprechen von religiösen Büchern, man kann sprechen von einer religiösen Philosophie und manchmal kann man auch sagen, wenn jemand übertrieben an etwas glaubt und es besonders beachtet, dass er mit religiöser Genauigkeit etwas macht oder dass er wie von einem religiösen Glauben beseelt etwas tut. Religion kommt eigentlich von Religare, das heißt wieder verbinden oder auch die Einheit wiederfinden, zurück zur Einheit zu kommen. Auch Yoga heißt übrigens Einheit und Verbindung. Yoga ist keine Religion, obgleich es auch religiösen Yoga geben kann. Yoga ist eher religionsübergreifendes, spirituelles Übungssystem. Oder man kann auch sagen, Yoga ist ein religionsübergreifendes Übungssystem für Körper, Geist und Seele. Yoga kann säkular sein, wo es also mehr um Gesundheit, Wohlbefinden und so weiter geht. Yoga kann aber auch spirituell sein, wo es eben darum geht, seine wahre Natur zu finden und in die Tiefe des Selbst zu gehen. Wenn Yoga verbunden ist mit einer bestimmten Religion, kann Yoga auch religiös sein. Also es gibt zum Beispiel Yoga, wo die indischen Götter eine gewisse Rolle spielen, durchaus bei Yoga Vidya. Und dann gibt es durchaus auch religiöse Aspekte des Yoga. Das braucht dich jetzt nicht zu stören oder zu ängstigen, sondern so ähnlich wie dich es ja auch nicht stört, wenn du hörst, dass es buddhistische Meditationen gibt. Und auch Buddhismus ist letztlich eine religiöse Tradition, zählt ja auch zu den Weltreligionen. Manche sagen zwar, Buddhismus ist eher eine Philosophie und ein spirituelles Übungssystem, was ja auch stimmt. Aber Buddhismus zählt auch zu den Weltreligionen. Und deshalb, Meditation im Buddhismus ist auch etwas Religiöses, obgleich schon da von Gott nicht so sehr die Rede ist. In diesem Sinne ist manchmal die Frage, wie religiös ist Yoga? Und ich habe ja auch einen Vortrag gegeben, den du auch auf unseren Internetseiten nachlesen, nachhören kannst oder auch die Niederschrift lesen kannst. Yoga und Religion und dann erfährst du mehr. Also, wie gesagt, Yoga ist typischerweise säkular, aber zum Beispiel bei Yoga Vidya ist Yoga auch spirituell. Und spüre die Ausdrücken, spirituell und religiös sind gar nicht so unterschiedlich vom Wortgebrauch. Außer, dass religiös oft eben auf eine Religion zugeschnitten ist, aber muss es auch nicht sein. Man kann zum Beispiel ein religiöser Mensch sein, ohne deshalb zu einer Religion dazu zu gehören. Man glaubt an Gott und baut sich seine eigene Religion zusammen. Von Habermas heißt es, dass er zwar einen Respekt für Religionen hat, aber bezeichnet sich selbst als religiös unmusikalisch. Soll heißen, er hat keine Ader dafür. Er meint, er spürt nicht wirklich Gott, aber hat Respekt. Respekt vor der tiefen Ethik und der Konsequenz, wie Menschen ein religiöses Leben führen können. Ja, das sind so einige Gedanken. Vielleicht hast du selbst weitere Gedanken zum Thema religiös. Dann schreib es doch in die Kommentare. Wenn dir dieser Vortrag gefallen hat, dann klickt doch auf Gefällt mir oder auf den Daumen hoch oder teile den Sendungen mit anderen. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de www.yoga-vidya.de